Okay, gut, also sind wir mucksmäuschenstill. Ich gehe mal aus dem Bild. Boah, 9,38. Klasse, einfach klasse. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Weltrekord. Und das bei einer Live-Sendung mit vielen Kameras und Licht. Wir wollen uns das mal anschauen in der Superslomo. Und Sie sagen mal was dazu, was vielleicht besonders gut geklappt hat oder was sehr schwer ist eigentlich auch. Ja, an dieser Stelle sieht man jetzt, wie ich den 10er aufbaue. Und nachdem ich den 10er aufgebaut habe, muss ich beide Becher einmal drehen. Das ist die fragwürdigste Stelle. Man konnte aber bei beiden Bechern gut sehen, dass es geschehen ist und war ein guter Versuch. Riesengeschichte. Wirklich, absolut toll. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Sascha Götz. Und Sie, denke ich, sind der beste Lehrmeister für Robert Enke. Den wollen wir natürlich nachher noch sehen im Vergleich mit allem unserer Zuschauer. Okay, herzlichen Dank. Sascha Götz, danke. Applaus